Ding Dong, die Hexe ist tot. Das ist dein Update des Tages und natürlich die beste Sendung der Welt. Hey, hallo Klaas, wir sind auch noch da. Ja, ach Mensch, ja. Huch. Also schön, dass du da bist, aber ich glaube, du hast unseren Hashtag Klaas kommt rum ein bisschen falsch verstanden. Ja, ich dachte, was soll ich denn sonst hier? Der alltägliche Drogenkonsument sieht folgendermaßen aus. Mitte bis Ende 20. Ja, warte. Ja, mein Freund. Ja, ist kein Problem. Wenn ich hier irgendwie helfen kann, auch wenn sonst noch was ist. Ich mache auch so kleine Hausmeister-Tätigkeiten. Sag mal, die blonde Frau, die gerade hier war, wie heißt die? Helen. Helen. Sollst du gerne eine Stulle schmieren? Ja. Was ist das für ein Aufstrich? Helen! Guck mal, die Stulle ist fertig. Dein Brot ist fertig. Bitteschön. So, jetzt aber flott, wenn nicht zu spät kommen darf. Wo ich helfen kann, ich bin da gerade auch in so Haushaltssachen bin ich sehr gut. Also ich bin da auch gern beratend tätig. Also wenn man mal nicht weiß, was man mit was zusammen waschen kann oder so, da kann man mich auch mal anrufen, auch wenn ich mal nicht hier bin. Da habe ich immer eine ständige Bereitschaft und einen ganz kurzen Dienstweg. Einfach anrufen. Viele wissen auch gar nicht, dass Klaas ja eigentlich Friseur gelernt hat. Das ist aber alles ganz verständlich. Also, dass du dich da so aus dem Haus rauskriegst. Hier mache ich dich ab, die Haare. Teinlich. Lass jetzt deine Promi-News weg, Julian. Ich lasse die Promi-News weg. Was ich auch noch sagen wollte, bei jedem Stop-Motion-Video habe ich immer Sledgehammer von Peter Gabriel im Wort. Es ist egal, welches Stop-Motion-Video da läuft. Von der Mitte nach hinten. Naja, weil das auch so eins ist. Ach so. Für mich das Beste überhaupt. Ja. Sorry, ich bin sehr abgelenkt. Okay. Gut. Komm, sag du schon mal das nächste Video an. Also das nächste Video ist total süß. Und man sieht den Elefanten. Ja, die machen das. Auch für die Füße. Das ist so ein bisschen. Sonntags ist der. Ja. Aber das ist kein Ding. Du gehst jetzt hier runter raus. Dann setzt du dich vorne am Ostbahnhof in die U-Bahn. An dem ehemaligen Mauerverlauf rechts. Deswegen heißt der Mauerpark. Und dann kannst du alte Dynamos und kaputte Batterien kaufen. Und ein paar Besoffene beim Diabolo spielen. Das verrückte Berlin. Ich bin noch nicht lange hier. Ja, das hasch ich in die Nase und ihr müsst hier arbeiten. Es ist gut.